Grimmwald. Ted und Nancys total verrücktes Abenteuer. Das ist eine richtig lustige Geschichte. Wenn ihr mal etwas zum Vorlesen haben möchtet oder zum Selberlesen, vielleicht so ab 8, 7 oder 8, dann ist das echt was Witziges. Es geht nämlich um die Fuchsgeschwister Ted und Nancy, die man hier auch auf dem Cover gut sehen kann. Und diese beiden leben in der Stadt. Und Nancy ist eigentlich den ganzen Tag auf Abenteuerschaft unterwegs, immer unterwegs. Und Ted muss die ganze Zeit immer im Bau auf Nancy warten. Und das findet er irgendwann so langweilig. Und außerdem hat er riesigen Hunger. Das Problem leider ist, dass Ted und Nancy, nicht nur die beiden Füchse, sondern alle anderen Füchse, sich ihre Mülltonnen, aus denen sie sonst immer das Futter herausfischen, mit den Katzen teilen müssen. Ganz zuoberst sitzt dort Prinzessin Pinökel. Das ist die Hauptkatze, die Königin Katze. Und sie beansprucht eigentlich alle Mülltonnen für sich und ihren Katzenclan. Jetzt ist das Problem, Ted hat solch einen Hunger. Er rennt zu seiner Mülltonne, sieht dort ein kleines Hotdog-Brötchen mit einem Würstchen drin und denkt, Ja, meins! Und beißt genüsslich hinein. Und in dem Augenblick, wo das passiert, kreischt eine Katze auf. Er hat nämlich Prinzessin Pinökel den Schwanz abgebissen, denn der war das Würstchen, wo er dachte, dass es zwischen den beiden Brötchenhälften lag. Jetzt haben Ted und Nancy nichts mehr zu lachen. Und Prinzessin Pinökel bietet den beiden die Stirn und sagt, Das gibt Krieg. Ihr könnt doch nicht meinen Schwanz abbeißen. Dabei war es ja ein Versehen von Ted. Und er wollte das ja auch gar nicht. Er hatte nur einen solch großen Hunger. Jetzt haben sie keine andere Wahl. Sie müssen fliehen. Raus aus der Stadt, weil sie von den Katzen verfolgt werden. Die einzige Möglichkeit, die sie sehen, ist, im Grimmwald zu verschwinden. Und dort ist alles völlig anders als in der Stadt. Dort gibt es diebische Vögel, ein Adler, der sofort Nancies Handy klaut. Aber dort fühlt sich Ted ganz anders als in der Stadt, denn er hat die Möglichkeit, eventuell dort Freunde zu finden. Das, was ihm in der Stadt bereits immer verwehrt war. Und wie es da aber weitergeht, das müsst ihr dann selber lesen. Viel Spaß dabei! Vielen Dank!